So, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Guide der Labyrinth Boss Series, diesmal zum Jilis, dem Windboss auf dem Hull-Mode. Wir geben hier die Strategy-Info durch, gucken was der Boss so kann, mit welchen Mechaniken können wir das counteren, machen auch einen Run mit einem Commentary und dann schlusser ich euch die Runen. Ähm, andere Einsatzmöglichkeiten von Ersatzmonstern, falls ihr die nicht habt, die ich hier spiele, ähm, Tower, Runen und so weiter und so weiter. Deswegen kurz zur Strategie, ähm, die erste Fähigkeit Magical Vampire Blunt Weapon, ähm, ist so gesehen ein AOE, der sich aufgrund des Damages heilt, plus die Fähigkeit kann nicht glänzen, was bedeutet, dass die Fähigkeit garantiert eine Normal, ein Critical oder ein Crushing Hit ist. Crushing Hit in dem Fall, wenn er im Element Nachteil ist, ähm, das ist eigentlich ganz wichtig zu wissen, denn, ähm, okay, in dem Fall ist es eigentlich egal, weil der Boss keine Debuffs applied in dem Fall. Von daher ist es bei dem Boss sogar egal, ob's glänzt oder nicht, weil, beim, 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 zum Beispiel beim, beim Wasser- oder beim Feuerboss ist es relativ interessant, weil wir so gesehen wissen, wie, dass wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gefreezt werden, beziehungsweise Debuffs bekommen, weil der Boss nicht glänzen kann. Das heißt, die Chance, dass, die anderen Sachen sind es so gesehen höher, aber da der Boss hier so gesehen keine Buffs, äh, Debuffs applied, ist eigentlich, ähm, egal. Das Einzige, was uns, was wichtig wäre, ist, dass, ähm, wir so gesehen keine Monster spielen sollten, die irgendwie Glancing Hit haben, weil das bringt uns nix, also Anti-Glance, sag ich mal, im Sinne von, dass der Boss eine höhere Chance hat zu glänzen, weil die Fähigkeit halt nicht glänzen kann, ja. Aber ansonsten ist eigentlich nicht so wichtig. Ansonsten, was wichtiger ist, ist Guardian of Labyrinth Passive, und zwar, ähm, jedes Mal, wenn der Boss 25% HP verliert, heißt bei 25, 50 und 75%, ähm, absorbiert der Boss die zwei Tower, die neben ihm sind, bekommt die Runensets und greift uns an. Sofern, wie gesagt, Runen, ähm, da sind. Wenn, wenn die nicht da sind, greift er uns einfach nur so an. Ansonsten, was auch noch wichtig ist, ist, dass, ähm, Monster, die, ähm, vom Schaden her auf dem maximalen Leben vom Target skalieren, wie zum Beispiel Linn oder Sigmarus oder, ähm, zweite Fähigkeit von Spectra, werden abgeschwächt und funktionieren so gesehen nicht, wie sie sollten. Ja, weil sonst könnte man den Boss richtig krass runterhauen. Das funktioniert deswegen nicht. Dann haben wir die Immemorial, ähm, Time Passive. Das ist so gesehen die Mechanik, die auch alle anderen Bosse, glaube ich, haben, ähm, und zwar jedes Mal, wenn wir einen Zug beenden, heißt nämlich auch mit Violent Runen, ähm, bekommt der Boss Attackbar dazu, und die weniger Monster von uns am Leben sind, desto mehr Attackbar bekommt er. Plus, was noch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass wir die Attackbar vom Boss nicht beeinflussen können, heißt, ähm, 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 irgendwelche Attackbar-Reduce-Mechaniken funktionieren nicht. Plus, ähm, wenn es Fähigkeiten gibt, wo mehrere verbündete Units gleichzeitig angreifen, wie zum Beispiel Lisa oder Tags-Dritte-Fähigkeit oder auch die, äh, Twins, funktioniert nicht. Deswegen, es gibt einen Bereich im Game, wo man nicht die Twins nutzen kann. Juhä! So viel dazu, so viel dazu. Ansonsten, ähm, die vier Runen-Sets, die ihr bekommen könnt, das Destroy-Set, zugesehen von dem Schaden, die die Fähigkeit macht, 50% davon von unserem HP blockieren. Das heißt, es wird dann ein roter Balken, wir können nicht mehr über diesen Wert hinaus heilen, das heißt, so gesehen, unser Max-HP wird so gesehen dauerhaft reduziert, ähm, was Deckbar ist, ich glaube, bis zu 70%, glaube ich, Maximum, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue ganz kurz nach, damit ich euch kein Schmarrn erzähle. Destroy-Set, blub, 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 geht bis maximal, äh, 60%, ja, bis zu 60% geht's. Ähm, deswegen, ihr könnt maximal noch 40% von eurem Leben behalten. Beziehungsweise mindestens. Maximal, mindestens? Maximal, ja. Deswegen, es könnte theoretisch bis 60% runtergehen. Ähm, das Rage-Set, ähm, ist ziemlich heftig, denn da könnt ihr überhaupt nichts machen, im Sinne von irgendwie Immunity machen oder ähnliches, oder auch, ähm, Fähigkeiten wie zum Beispiel Unbesiegbarkeit von, ähm, von Theo, der so gesehen nicht sterben kann bei seinem, bei seinem ersten Krieg in der Passive, funktioniert alles nicht. Deswegen, das Rage-Set killt das Monster, ähm, mit dem allerwenigsten Max-HP. Wichtig ist Max-HP und nicht Current-HP. Das heißt, ihr könnt von vornherein beeinflussen, welches Monster vom Rage-Crystal sterben sollte, falls ihr den durchlasst, ähm, weil das mit dem, mit dem wenigsten Max-HP, ähm, gekillt wird. Plus, ähm, wie gesagt, geht durch alle Passives und ähnliches durch, deswegen, das ist eine Boss-Mechanik, die macht keinen Schaden, sondern es heißt wirklich, dein Monster wird gelöscht. Ja, tschüss. Da geht gar nichts an Passives oder irgendwas. Plus, der Boss wird um 100% geheilt, wenn das passiert. Ähm, das Shield-Set, ähm, ist ziemlich stark. Auf den ersten Blick seht ihr hier, okay, 15% von Max-HP als Shield. Naja, das Ding ist, das Shield ist so stark, ihr könnt eigentlich in der gesamten Zeit keinen Schaden machen, weil das Shield ist so heftig. Äh, da kommt er eigentlich nicht durch. Ähm, Will-Set tut die ganzen Debuts vom Boss glänzen, das heißt, Defense-Break und so weiter sind weg. Plus, der Boss ist für die Duration des Will-Sets immun. Deswegen, welche Reihenfolge ist jetzt hier so gesehen die, die am allerwichtigsten ist, ähm, in der Prio-Liste? Da gibt es verschiedene Variationen, denn es kommt darauf an, spielt ihr zum Beispiel mit einem Reviver oder spielt hier ohne Reviver. Falls ihr mit Reviver spielt, könnt ihr zum Beispiel hier das Rage ignorieren. Wichtig ist halt immer, ihr braucht einen Heal-Block. Deswegen, ihr seht, die erste Fähigkeit halt, ähm, die ihr immer macht, plus das Rage-Set heilt. Deswegen, Heal-Block ist hier ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, ansonsten Destroy könnt ihr übrigens auch countern mit, ähm, Shield. Das heißt, falls ihr irgendwelche Monster habt, die einen Shield euch geben, zum Beispiel, keine Ahnung, Woosa oder, äh, Rafiti oder sowas, ähm, und der Boss greift mit dem Destroy-Set an und killt das Shield nicht, wird eure Max-HP nicht beeinflusst. Also, ihr könnt so gesehen die ganze Destroy-Mechanik auch damit countern. Ansonsten, da das Video sonst zu lange wird, gehen wir mal direkt in den Run gleich rein. Wir machen den Run mit dem Commentary. Und, ähm, jetzt habe ich auch mein Team, was ich so gesehen in dem Fall spiele. Kurz noch zur, ähm, so gesehen Prio, was ich euch raten würde, ist, ähm, killt Rage zuerst, ähm, weil wir spielen zumindest in der Comedy, die ich spiele, kein Reviver. Rage ist oberweise Prio. Destroy ist nicht so schlimm, selbst wenn ihr keine Shields habt. Ich hatte so viele Kills, wo meine gesamte HP von 60% destroyed war und es ging trotzdem noch zu gegenhealen. Ja, deswegen, ihr braucht nicht unbedingt Destroy-Killen, ähm, deswegen entscheidet euch vorzugsweise, ähm, immer für Rage und wenn Rage nicht da ist, Shield oder Will. Vorzugsweise würde ich euch raten, killt Will, weil bei Will gehen auch eure ganzen Defense-Breaks weg, Attack-Break geht weg, was ziemlich wichtig ist, damit der Schaden reduziert wird, damit wir eben auch, wenn wir 40% der HP nur noch haben, das gegenheilen können. Shield ist einfach so, okay, wir können die Duration keinen Schaden machen, aber unsere Debuffs bleiben drauf. Das ist unser Team, wir tun mal am Mana vorzugsweise auch noch raus und tun mal Delphar spielen, damit's ein bisschen Free-to-Play lastiger wird, sag ich mal. Ähm, ansonsten, ähm, andere Monster-Möglichkeiten sage ich ja am Ende des Videos, beziehungsweise während dem Run. Deswegen lasst euch nicht irritieren von den Monstern jetzt hier, ähm, und sagt, oh Gott, der hier spielt hier Fen-Jan und Laika, deswegen, äh, keine Ahnung, deswegen schafft er das, deswegen, es geht auch ohne diese Monster. Ansonsten jumpen wir direkt in den Run rein, ähm, Colleen ist hier der MVP, Colleen hat alles, was du hier brauchst, Colleen hat Heal, Attack-Buff, Heal-Block, Attack-Break, also Colleen würde ich euch auf jeden Fall raten, mitzunehmen, ist absolut amazing. Ähm, ansonsten, ähm, was wir hier machen ist, wir killen vorzugsweise erst den linken und rechten Crystal, weil, ähm, die AOE-Damage machen und der ziemlich heftig ist, deswegen, ähm, switchen wir hier erst auf die, ähm, beiden Crystal. Was hier ganz gut ist in den 4-Stages, weil es kann sein, dass der Damage in den ersten 2-Stages relativ hoch ist, weil ihr vielleicht nicht schnell genug die Crystals killt, ähm, spielt sehr viele Feuermonster vom Schaden her, ähm, und spielt ein Windmonster, was tanky ist, also zum Beispiel Delphoi hier, oder falls ihr habt auch Fenyan oder sowas, also irgendein tanky Windmonster. Denn das Ding ist, solltet ihr kein Wassermonster oder Light-and-Dark-Monster haben, ähm, greifen diese Minotauri, die vom Element Wind sind, vorzugsweise Wind-Element oder Wasser-Element, also vorzugsweise Wasser-Element Vorteil sind, und wenn ihr kein Wasser habt, greifen sie Wind an. Deswegen, ihr könnt den Damage gut verteilen, wenn ihr so gesehen mit den Elementen da ein bisschen rumspielt. Ähm, ansonsten, ähm, ihr könnt Wind-Damage-Header spielen, ihr könnt Feuer-Damage-Header spielen, ich würde euch Feuer-Damage-Header empfehlen, weil, wie gesagt, sonst die Minotaure auf eure Wind-Damage-Header gehen und ihr dann eine harte Zeit habt, um das Gegen zu heilen, sag ich mal, ja. Ähm, ansonsten, ich finde, man braucht zwei Healer. Also, ich hab's nur mal mit Colleen versucht und es hat eigentlich nicht gereicht von der Heilung her. Ähm, ihr könnt vielleicht noch irgendwie einen Semi-Healer mitnehmen, oder ihr könnt, ähm, beispielsweise auch Chloe mitnehmen, ne, habt ihr so gesehen auch nochmal Unsterblichkeit und ein bisschen Heilung. Ähm, deswegen, zwei Healer, finde ich, sollte schon sein, weil sonst, hab ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass es nicht mehr wirklich gegen zu heilen ist, ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, zwei Healer, Colleen plus Heal, ja, oder Shield, oder whatever. Ähm, ihr seht gerade hier, Laika droppt ziemlich low, aber aufgrund dessen, dass noch Element Feuer ist, switchen diese Minotaure jetzt nicht auf meinen Laika und deswegen überlebt der Laika, hoffe ich zumindest, ähm, weil der linke Crystal noch drankommt. Der linke Crystal gleift alles an, weil das Ding ist, ihr könnt's ganz leicht sehen, der ist vom neutralen Element. Ihr seht, im Vergleich zu der Minotaure, das ist mehr gelblich, während das bei dem Crystal mehr so weißlich ist. Deswegen, das ist neutral und deswegen greift er auch, ähm, alle anderen Monster an. Deswegen killt echt diese Tower, ähm, oder Crystals zuerst. Ansonsten, ähm, andere Möglichkeiten von Monstern, wie gesagt, Colleen plus noch anderen Healer, vorzugsweise Tanki-mäßigen vom Wind-Element. Ansonsten, der Rest ist eigentlich nur Single-Target-DPS-Monster und ihr müsst Defense-Breaks garantieren. Ihr braucht wirklich Defense-Breaks, weil ohne Defense-Breaks schafft ihr es nicht, diese Tower schnell genug zu killen, ähm, die beim Boss dann später kommen. Und deswegen sind Damage hier, die einen integrierten Defense-Break haben, ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Also zum Beispiel Tessa, Defense-Break auf der zweiten Fähigkeit Element Feuer ist zum Beispiel, ähm, sehr gut. Aber ihr könnt auch andere Monster spielen, ja. Ihr könntet rein theoretisch, müsst ihr gucken, ob ihr das gegenheilen könnt, weil es so gesehen ein Element Wind ist. Aber Theo zum Beispiel ging auch, weil der so gesehen immer einen Element-Vorteil hat, hat einen Defense-Break auf der zweiten Fähigkeit. Das Problem ist halt, die Vor-Stage mit ihm zu überleben, weil er im Element Wasser ist, deswegen die Minotauri switchen auf ihn. Deswegen, wenn ihr einen Reviver habt, so gesehen, wäre es ganz gut. Ähm, oder ihr spielt, ähm, eben nicht Theo und spielt andere Möglichkeiten. Wind-Monster mit Defense-Breaks, wie gesagt, gehen auch. Beispielsweise hier Fen-Yan ist auch noch ganz nice, wegen dem Semi hier auf der zweiten Fähigkeit. Ähm, und dem Leader-Skill von Defense, ähm, müsst ihr aber unbedingt spielen, falls ihr ihn nicht habt. Ansonsten, wie gesagt, jegliches Feuer-Single-Target-DPS-Monster ist hier nice. Also zum Beispiel, Shiva könnt ihr auch spielen, hat zwar jetzt keinen Defense-Break, aber, ähm, hat sehr guten Single-Target-DPS. Ähm, Hua könnt zum Beispiel auch spielen, sehr guter Single-Target-DPS. Ähm, Brandia könnt spielen. Ich meine sogar, Brandia hat nicht Brandia sogar noch auf der ersten Fähigkeit einen, einen, einen... ...Defense-Break. Schau ich gerade mal nach, Brandia. Ich meine, sie hat sogar auf der ersten Fähigkeit einen Defense-Break. Äh, ja, hat eine Liefung auf der ersten Fähigkeit, theoretisch. Ähm, hat richtig krassen Single-Target-DPS. Deswegen, das könnt ihr spielen. Und ansonsten, wie gesagt, jegliches Monster, was Damage hat, Feuer- oder Wind-Elemente, ist im besten bei Feuer, mit dem integrierten Defense-Break irgendwie drinnen. Ja, das ist so gesehen erstmal zur Monster-Composition. Ansonsten spielen wir jetzt hier die hier noch kurz zu Ende. Und, ähm, machen dann gleich das Boss-Commentary. Sagt euch, welchen Crystal wir wann wie fokussen und ähnliches. Deswegen, wir killen jetzt noch kurz diese 2-Minute-Tauere. Attack-Break immer ganz gut spreaden, damit wir, wie gesagt, den gesamten Damage auch reduzieren. Das ist ganz wichtig. Und wir sehen uns jetzt gleich bei der Boss-Stage. So, da sind wir beim Boss. Äh, Destroy-Shield haben wir hier in der Kombination gepullt. Deswegen, ähm, Destroy-Beesa können wir ignorieren, weil, ähm, wir haben genug Heilung dabei. Allerwichtigste ist, Attack-Break auf dem Boss immer abzuhaben. He-Block ist zwar auch ganz nett, weil so gesehen, wenn der Boss uns angreift und kein He-Block drauf ist, heilt er sich meistens so um ca. 25k. Und das könnten wir gerne verhindern. Auf jeden Fall, wenn ihr mit dem Reviver spielt und auch mit, ähm, mit dem Rage-Crystal, so gesehen, dass ihr den nicht ignoriert, ähm, dass ihr den ignoriert, ähm, solltet ihr auf jeden Fall immer He-Block abhaben. Deswegen, falls ihr den Rage-Crystal durchlässt, He-Block ganz wichtig. Aber ansonsten schaut immer, dass ihr Attack-Break auf dem Boss habt, weil dadurch könnt ihr den Schaden wirklich richtig krass minimieren, was dadurch auch die Heilung minimiert, weil der Boss weniger Schaden macht. Deswegen, wir versuchen hier den Attack-Break zu landen, sehr nice, und gehen auf den Shield-Crystal, weil wir sonst, wie gesagt, keinen Schaden wirklich machen können in der Ration. Treffen den Defense-Break nicht, ähm, deswegen, das wird jetzt eh ziemlich knapp, ähm, ja. Deswegen, das kann leider auch mal passieren, deswegen, ich lasse es auch in dem Video drin und mache kein neues Video. Ähm, es kann mal passieren, dass einfach ihr keinen Defense-Break trifft, ja. Kann auch mit anderen Kombinationen so passieren. In dem Fall war es noch egal, weil es war Shield, deswegen, wir verlieren so, gesehen nur Zeit, weil, ihr seht jetzt, da ist das Shield und ihr seht, ich komm da nicht durch. Das Shield ist so stark, äh, da, da geht gar nichts, ja. Deswegen, wir haben so gesehen, jetzt ein Zug verloren, ist jetzt aber nicht schlimm. Wir machen jetzt keinen He-Block, sondern lieber Attack-Break-Refresh, weil der Boss ist eh schon voll, ja. Rage, Shield, wir haben keinen Viper, deswegen, oberste Prio ist hier der Rage-Crystal. Haben keinen Defense-Break-Ready durch Tessa, Defense-Break haben wir hier. Leikas, zweite Fähigkeit, ähm, Colleen, ja, machen wir, ist down. Wieder kommt der Shield-Crystal dann, deswegen, wir können wieder keinen Schaden machen. Ähm, deswegen, die Kombination ist gerade ein bisschen unlucky, aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Ansonsten, ähm, immer wieder die ganzen Debuffs applyen. Vorzugsweise erst Attack-Break, dann He-Block, weil der Attack-Break echt wichtig ist für den Damage. Naja, deswegen, ich habe mich hier auch jetzt für Attack-Break entschieden, nicht für He-Block. Der Boss heilt sich jetzt wieder, weil er keinen He-Block hat. Wir haben so gesehen zwei Züge verloren. Okay, Destroy, Will, wir gehen auf Will, weil ich will nicht, dass der Boss sich cleansed, heißt He-Block weg ist, Defense-Break weg ist, Attack-Break ist drauf. Ähm, wir machen jetzt mal einen He-Block, treffen nicht, schade, 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 killen hier diesen Crystal, ähm, und können jetzt das erste Mal ein bisschen Boss-DPS machen. Versuchen, den Refresh zu kriegen auf dem Attack-Break, sehr nice, und können jetzt das erste Mal ein bisschen Damage hier pumpen. Ihr seht, der Schaden durch Attack-Break ist so gering, das ist halt echt krass. Äh, Attack-Break ist drauf, deswegen, ich will jetzt eigentlich mal demnächst den He-Block haben, ich glaube, der He-Block ist nicht ready, oder, von Colleen? Ja, deswegen Attack-Break-Refresh, sehr nice, das heißt, wir müssen uns so gesehen die nächsten zwei Züge nicht um Attack-Break kümmern, theoretisch. Wir, die Kombination, Destroy, Will, deswegen, wir gehen wieder auf Will, ähm, und versuchen, den zu killen. Brauchen den Defense-Break hier ziemlich dringend, treffen ihn, sehr nice, Violent-Proc. Und der Crystal... Fen-Yan kommt auch noch dran, deswegen, was wir hier machen, ist, wir machen den He-Block auf den Boss, damit er sich nicht heilt, und killen den Crystal. So, deswegen, jetzt haben wir, für so gesehen, 25k Damage bekommen, ja, zusätzlich, weil wir, weil der Boss sich nicht geheilt hat. Was ihr immer beachten müsst, ist die HP-Leiste vom Boss, weil immer bei 75, 50 und 25% der Boss diesen Jump macht, den ich euch vorhin erklärt habe, hier mit dem Guardian of Labyrinth Passive. Deswegen, versucht den Jump immer so zu timen, dass, ähm, der kommt, wenn der Boss schon ein Tower hat. Also nicht, wenn die Tower gerade da sind, weil das Problem ist, wenn ihr das so macht, dass die Tower, ähm, weg sind, der Boss hat irgendwie 51% HP, der Boss macht eure Fähigkeit, die Tower kommen wieder raus, und da macht ihr irgendwie einen kleinen AOE, oder macht einen Attack-Break durch Colleen Refresh, der Boss kommt unter 50%, nimmt beide Tower, und im schlimmsten Fall habt ihr irgendwie, keine Ahnung, äh, Rage in Kombination mit, äh, Shield oder so, und dann ist RIP, ne, weil ihr, so gesehen, vielleicht kein Reviver spielt. Deswegen, guckt immer auf die HP-Leiste, deswegen, wir haben jetzt Lycas zweite Fähigkeit ready, und der Boss könnte dann unter 75% kommen. Deswegen machen wir das jetzt, weil dann kommt diese, dieser Attack, ja, wir müssen uns gar nicht mal gescheit healen, wir machen lieber, ähm, den Colleen Heal, dann wegen dem auch, ähm, Attack-Buff, geben uns hier einen kleinen Semi-Heal von Fen-Yan, machen einen Defense-Track-Refresh, machen einen ganz guten Single-Attack-TPS, könnten uns sogar noch sparen, die Heilung, deswegen machen wir jetzt den Attack-Break, weil der wichtiger ist am Boss, ähm, vor allem in Kombination mit dem Destroy-Set, weil er dann weniger Schaden macht, das heißt, weniger HP wird destroyed. Hier gehen wir wieder auf den, ähm, Shield-Crystal, weil wir sonst nicht wirklich Damage pumpen können, ähm, und Defense-Break ist ganz wichtig, wie gesagt, hier, Defense-Break ist drauf, nochmal Damage, und Tessa killt ihn hoffentlich, uh, Tessa hat ihn nicht gekillt, okay, Shield kommt durch, mal wieder, deswegen, ähm, können wir wieder nichts machen, weiß nicht genau, wieso Tessa den nicht gekillt hat gerade, ähm, warum das nur 8k Damage waren, auf jeden Fall, ja, wieder eine Rotation so gesehen verloren, wo wir nichts machen können, weil, ähm, der Shield-Set, wie gesagt, so stark ist, wir können nur die ganzen Debuffs ablehnen, deswegen bevorzuge ich, ähm, Shield ist eigentlich der einfachste Crystal, weil bei Will sind die ganzen Debuffs weg, deswegen, wenn Will durchkommt, ist es ärgerlicher, als wenn Shield durchkommt. Wieder, ähm, Destroy, ähm, Shield, deswegen, wir gehen wieder auf den Crystal, und ich buffe mir jetzt, glaube ich, sogar hier echt mal Attack, weil das Problem ist, ähm, ich kriege sonst den Crystal gar nicht down, weil ich Angst habe, dass ich kein Defense-Break applye. Defense-Break, okay, ist drauf, Tessa, okay. So, He-Block auf den Boss, Attack-Break ist schon 2 Züge drauf, Treffen, sehr nice, Boss heilt sich nicht, und jetzt können wir endlich mal Damage pushen, ne? Ja, jetzt können wir endlich mal ordentlich Damage pushen. 50% könnten wir auch gleich wieder erreichen, deswegen, das Timing ist gerade ganz gut, geben uns aber trotzdem ein Zimi hier, weil Survivability ist wichtiger als, ähm, den Kill. Deswegen, hier kam dieser Attack, ja? Deswegen, wir haben diese 50%-Phase ziemlich gut geskippt gerade. Attack-Break-Refresh, sehr nice. So, Rage, Will, das ist ärgerlich, weil die Debuffs werden geklenzt, und wir müssen Rage killen, deswegen Defense-Break hier auf den Crystal nochmal drauf, ähm, Laika killt den, und Will kommt, wie gesagt, leider durch, aber können wir jetzt gerade nix, nix dagegen tun, ne? So, ziemlich geil ist, dass wir den, glaube ich, jetzt unter, ne, haben wir nicht, okay, deswegen, ja, das ist jetzt das Problem, weil der Boss jetzt auch kein He-Break mehr hat, und alles deswegen, jetzt ist es ein bisschen heftig vom Schaden, ähm, weil der Boss auch kein Attack-Break mehr hat, deswegen haue ich hier auch meine ganzen Healer-Belties aus, weil ich nicht will, dass das Tessa stirbt, ähm, deswegen, die Phase sollte jetzt ganz schnell vorbei sein, weil sonst wird's rip. So, Shield-Destroy, sehr nice, Defense-Break hier drauf, getroffen, Laikas zweite Fähigkeit, ähm, Dauphoi, und wir können wieder Single-Target-DPS auf den Boss machen. Der Jump kommt gleich, deswegen Attack-Break oder Heal-Block. Meines Erachtens, Attack-Break ist wichtiger als Heal-Block. Wenn der Boss sich heilt, wird der Kampf hinausgezögert, wenn der Attack-Break nicht drauf ist, und er mehr Schaden macht, und es killt, ist rip. Deswegen Attack-Break, soll jetzt auch treffen, weil sonst ist Tessa echt in Trouble. Okay, getroffen, sehr nice, Defense-Break Refresh. Diese 25% kommen jetzt, ja, gleich, deswegen, der Attack kommt gleich noch in Folge, deswegen, wir müssen gucken, dass wir unsere Monster irgendwie hochheilen, und leider haben wir keine Fähigkeiten ready, deswegen, es könnte sein, dass Tessa stirbt, aber Attack-Break ist Gott sei Dank noch drauf. Deswegen, wir ignoren jetzt auch die ganzen Mechanics, weil wir den Boss jetzt Single-Target-mäßig noch runterhauen, weil der nicht mehr so viel Life hat. Deswegen, nochmal eine Phase zu spielen, wäre das ziemlich schwierig mit den ganzen Cooldowns, und ihr seht, unsere HP ist schon auf 60% destroyed bei Tessa, deswegen, ich versuche hier den Defense-Break Refresh auf den Boss, treffe ihn, sehr nice, gebe mir hier Attack-Buff mit Heilung, Semi-Heal brauche ich nicht mehr, deswegen mache ich hier Defense-Break Schaden, Laika macht den Finish, und das war so gesehen der Boss. Deswegen, oberste Prio ist immer Attack-Break, es sei denn, der Boss hat das Rage-Set, weil ihr den Schaden durch Attack-Break so immens krass reduzieren könnt, ja. Ansonsten, ganz kurz zu den Runen, und zu anderen Einsatzmöglichkeiten von anderen Monstern, deswegen, wir haben hier diese Kombination gespielt, und, ja, wie gesagt, ein Healer, also, ich sag mal, Colleen ist eigentlich must-have, Colleen ist so amazing da drin, ja, hat alles, was du brauchst, Attack-Break, Heal-Block, Heilung, Attack-Buff, Element-Vorteil, nimmt Colleen mit, sie ist amazing. Dann, statt Delphoi, einfach irgendeinen zweiten Heiler, ja, ganz egal was, im besten Fall mitten im Shield-Set, dann könnt ihr so gesehen, die Destroy-Mechanik-Countern, ihr könnt aber auch zum Beispiel, ähm, theoretisch Michelle auch spielen, dann könnt ihr nämlich sogar, ähm, die Uptime von eurem Attack-Buff erhöhen, plus, ihr könnt, ähm, reviven, falls mit dem Rage-Crystal was schief geht, ähm, deswegen das ginge, theoretisch auch, plus die Heilung von, von Michelle, es geht auf Attack, deswegen, sie kann vielleicht einerseits ganz gut Damage machen, geht so mittelmäßig, Miang macht mehr, aber es ginge theoretisch, auch mit Michelle, ähm, plus ihr habt noch ein bisschen Heilung, ginge. Deswegen, ihr habt auch gesehen, die Heilung von Delphoi, hab ich nicht wirklich gebraucht eigentlich, weil ich hab den, Semi-Heal von Fenyanga plus Colleen, deswegen, ihr braucht zusätzlich zu Colleen, nicht wirklich viel mehr Heilung, deswegen nehmt irgendeinen anderen Healer mit, vielleicht sogar einen Healer, mit dem integrierten Defense-Break, deswegen, normalerweise spiel ich ja Amarna, weil der halt den Defense-Break hat, plus Revive, aber das ist ja ein Cheat-Mode, deswegen im besten Fall, irgendeinen Healer, der einen Defense-Break noch hat, das wäre jetzt der Traum, ne. Ansonsten, wie gesagt, zwei Slots haben wir, dann, der letzte, dann haben wir noch drei Slots übrig, deswegen, die könnt ihr abwägen, für irgendwelche Leader-Skills, das heißt, vorzugsweise Defense, HP lohnt sich, ich find Defense besser als HP, Leader-Skills, in dem Labyrinth, weil das Ding ist, wenn ihr Defense habt, kriegt ihr weniger Schaden rein, und müsst weniger an Live-Prozentual, also nicht prozentual, sondern an Flat-Amount heilen, weil, ähm, je mehr Leben ihr habt, desto mehr müsst ihr auch heilen, wenn ihr mehr Schaden bekommt, mit weniger Defense, zum Beispiel Delphoi heilt ja, ähm, 20%, ähm, von dem HP, von deinen Monstern, das heißt, wenn du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, eine 35k, äh, Coline hast, 35k HP Coline, bekommt die sehr viel Damage, und so gesehen, 20% sind so gesehen, mehr Heilung, als mit weniger Live. Das Ding ist aber, wenn du heiler spielst, sie nicht auf dem Max-HPs-Gain, zum Beispiel Coline, ne, Coline heilt nämlich, ähm, doch auch 25%, halt auch prozentual, okay, ähm, trotzdem bevorzuge ich Defense, weil, ich bekomme lieber weniger Schaden rein, und heile dann so gesehen, äh, mehr, anstatt, dass ich, ähm, sehr viel HP habe, sehr viel Schaden bekomme, und dann, vor allem auch, ähm, wegen dem Destroy Crystal, wenn der Destroy Crystal 60% meiner HP kaputt macht, habe ich so gesehen, weil ich mehr HP habe, ist mehr HP wieder, äh, Destroyed. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich finde, Defense ist, ist echt der King, sage ich mal hier. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ich glaube, Delphi hat sogar einen Defense-Headerskill, oder? Ähm, okay, für Wind-Attribute, deswegen, wenn ihr noch andere Wind-Monster spielt, könnt ihr es nehmen, ansonsten, wie gesagt, haut irgendein Monster rein, was einen guten Leader-Skill, ähm, auch noch hat, ihr könnt auch Attack-Leader-Skill spielen, ähm, was ihr wollt, ja. deswegen, zwei Healer, zwei Healer, irgendein Monster mit Leader-Skill, beziehungsweise die letzten drei Monster sind einfach Single-Target-DPS-Crush, und im besten Fall, wie gesagt, mit Defense-Breaks, ähm, deswegen, Tessa hat Defense-Break, ähm, Finian hat Defense-Break wie gesagt, euren zweiten Healer, äh, in den 4-Stages. Ansonsten, die Runen hier, das ist Colleen, ist auf WB-Revenge gebaut, ähm, vorzugsweise sind Violent-Runen auf Supportern schlecht im Labyrinth, aus dem Grund, weil ihr habt nur eine bestimmte Anzahl an Zügen, ich glaube, es sind sechs Züge, die ihr habt, um einen Tower zu killen, aufgrund der Attack-Bar-Mechanik, und das Problem ist, wenn ihr, ähm, so gesehen, Violent-Proc auf Colleen habt, habt ihr nicht mehr genug Damage, damit der Crystal stirbt, deswegen, im besten Fall baut ihr eure Supporter, ähm, nicht auf Violent, sondern eben auf Swift oder auf Fatal, wenn ihr irgendwie zum Beispiel das mit, ähm, mit Michelle spielt, weil ihre Heilung auf Attack skaliert, dann ist Fatal ganz gut, äh, wie gesagt, Swift, ähm, Revenge-Sachen sind auch nicht schlecht, ähm, und, genau, deswegen hier, die ist eigentlich für Raid gebaut, deswegen ein bisschen HP, ein bisschen Defense, ein bisschen HP, ähm, und, ähm, Accuracy. Im besten Fall, es muss nicht sein, aber im besten Fall habt ihr 55% Accuracy auf eurem, ähm, Monstern, die Benefici-, äh, die harmfulen Effects applyen, heißt Attack Break, Defense Break und so weiter, weil, es hat jemand auf Reddit den Boss gedatamined und angeblich hat der Boss 70% Resistance, das heißt, jedes Monster im Gegenteil hat 15% Resistance von Haus aus, das heißt, 70 minus 15 werden so gesehen ein 55% Accuracy Cap. wenn ihr es nicht erreicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, ihr seht, Coline hat auch nur 24 hier, mein Finan hat glaube ich nur 15 oder so, Tessa hat auch irgendwie nur 15 oder 20, deswegen, wenn ihr es schafft, oder auch explizit nur Monster fürs Labyrinth baut, versucht wirklich die Accuracy Caps zu kriegen, ähm, weil es wirklich immens hilfreich ist. Ansonsten, das war wie gesagt Coline, dann haben wir hier Delphoi, ähm, wie gesagt, auch nicht auf Violent gebaut, bisschen Accuracy, was eigentlich hier aber nicht wirklich notwendig ist, weil Attack Speed Slow ist egal, und Cooler und Increase ist auch egal, deswegen, ähm, Accuracy ist hier ziemlich wurscht, ähm, wie gesagt, sehr viel Defense pushen, HP pushen, und Speed, weil sie soll oft dran kommen. Ähm, das ist Fenyan, wie gesagt, könnt ihr ersetzen durch jeglichen anderen Single-Target DPSer, ähm, deswegen, da könnt ihr spielen, was ihr wollt. Dann haben wir hier Tessa, könnt ihr auch ersetzen durch, was ihr wollt, der hat sogar ziemlich viel Accuracy, weil er für RTA auch ein bisschen gebaut ist, ähm, deswegen. Ähm, Violent auf Attacker ist so eine Sache, einerseits ist es gut, weil ihr dann den Crystals besser down bekommt, ähm, andererseits kann es aber auch sein, wenn ihr ganz viele Procs bekommt auf euren Damage-Dealern, dass dann eure Healer nicht mehr dran kommen, weil die ganzen Violent Procs von Damage-Dealern da sind. Deswegen, Violent Procs auf Damage-Dealern ist okay, wenn es noch in einem gewissen Rahmen ist, sag ich mal, ja. Hier ist noch der Leiker, ähm, der ist auch broken gebaut, ich habe broken, was ist das hier, äh, Will Energy, leider kein Vampire, Vampire wäre so nice, aber ich kriege ihn einfach nicht auf Vampire seit mehr als zwei Jahren. Ähm, und, genau, das war so gesehen das Team und Eins-Möglichkeiten und der Kill, ansonsten Tower, alle Tower sind gemaxed, also alle Glory-Gebäude, die extra Stats geben, außer Feuer-Attack, der ist nur auf 8, und Dark- und Light-Attack sind gar nicht gelevelt, ansonsten alle anderen Tower sind gemaxed, Skilled. Ansonsten, wie gesagt, das war es zu dem Video, vielen Dank fürs Zugucken, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, ähm, und wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, um mich zu signalisieren, dass das Video für euch hilfreich war, und ansonsten sehen wir uns am nächsten YouTube-Video, oder am nächsten Stream. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, und tschau tschau.